Wer mich fragt, welcher Moment für mich der schönste am Training ist, muss nicht lange auf eine Antwort warten. Ich erkläre es ihm ratzfatz, indem ich ihm ein Bild beschreibe. Ich, auf der Couch, mit einem meiner liebsten Heraldi-Snacks in der Hand, frisch geduscht und natürlich in einem kuscheligen Hoodie. Denn so sehr ich das Fitnessstudio auch liebe, ja, das meine ich ernst, umso mehr mag ich es in meinen eigenen vier Wänden. Vor allem aber in einem bequemen Pullover, in dem ich meine Wärme vom Sport noch etwas halten kann. Momentan stehe ich total auf Oversized-Modelle, gerne mit Kapuze. Und ich mag es schlicht. Unifarben reicht mir schon. Ich weiß aber auch, dass es noch richtig coole Teile mit Mustern, Logos und Slobos gibt. Die sieht man zum Beispiel an Starsky, Aslides, Deine oder Gigi Hardy. Nach dem zweitschönsten Moment müsste ich übrigens schon etwas länger überlegen. Doch nach wenigen Minuten wüsste ich auch hier, was ich antworten würde. Es hat mit meiner neuen Lieblingsdicks zu tun. Aber dazu nächste Woche mehr.